Online-Geister, Thema der Sendung. Dem Thema unserer Sendung herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Willkommen zurück bei Radio Korax. Und wir sind bei Sendung 43, die letzte vom Jahr 2019. Und da schauen wir auf das Jahr 2020, wie dort denn Social Media sich gestalten wird, aussehen wird. Und wie immer unsere Hinweise. Wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Fragen und Feedback sind wir natürlich immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung im Wiki bei DR-Seminar und bei onlinegeister.com. Und insofern, ja, letzte Sendung 2019, erste Sendung 2020 ist dann das nächste Mal. Klingt für mich immer noch so ein bisschen wie Science-Fiction. Aber das ist ja auch, was viele Technologie angeht, die wir heute haben. Aus Sicht von vor 20 Jahren ist irgendwo auch schon fast Science-Fiction. Also ich fühle mich gut angekommen im dritten Jahrtausend. Wo ich habe ja genau wie du im Großteil meines Lebens inzwischen in diesem Jahrtausend verbracht. Ja, ich habe mehr Lebensjahre im 21. Jahrhundert als im 20. Jahrhundert verbracht. Also wenn ich irgendwo 1900 irgendwas lese und sei es nur die 90er, kommt mir das alles so unfassbar alt vor inzwischen. Aber was übrigens, um da jetzt gleich aufs Thema zu kommen, was auch alt ist, ist das aktuelle Jahr 2019. Das beschließen wir jetzt und da haben wir dann einfach mal so eine grobe Dreiteilung vorgenommen für die Trends. Also was war dieses Jahr Trend? Wie ist der aktuelle Stand? Und was wird nächstes Jahr voraussichtlich Trend? Das wird dann so ein bisschen mein Blick in die Kristallkugel. Und einfach für so die Eckdaten. Was war in diesem Jahr eigentlich im Social-Media-Kosmos so das große, das waren die großen Supernova-Explosionen gewesen? Also wenn ich spontan sagen würde, würde ich sagen, TikTok, das ist abgegangen. Das kommt jetzt mal was Neues. Wir haben es in Hausmeistereien kurz erwähnt, dass es auch politisch aktiv jetzt Leute sind. Leute, die einfach nicht anstößigen, aber guten Humor machen. In kurzen kleinen Clips, was ich super finde. Und es gibt irgendwie eine Reihe von TikTokern, die mit kleinen Clips so ein bisschen Weltgeschichte nachspielen. Mal passendes Lied untermalt, sich selbst dann gekennzeichnet als hier, wir sind England, wir sind Amerika. Und dann irgendwie lustige Bewegungen machen und dabei auch so ein bisschen grob Geschichte zusammenfassen. Ist auch super lustig und lehrreich, wenn man keinen Plan von Geschichte hat. Die Richtung möchte TikTok übrigens auch gehen. Die hatten jetzt in diesem Jahr in Indien auch eine Großkampagne gelauncht, wo sie wesentlich stärker in den Bildungsbereich vorstoßen möchten. Aber ja, TikTok war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Ich meine, wir haben da auch in unserer Folge Nummer 38 darüber berichtet. Insofern gleich eine kleine Archive-Episode hier, um mal so ein paar Verweise zu setzen. Also Folge Nummer 38. Und vielleicht nächstes Jahr mal so ein Interview. Ja, schauen wir mal, hoffen wir mal. Und da haben wir ja TikTok als Schwerpunkt und ja auch häufiger den Hausmeister rein. Also da passiert momentan recht viel positiven wie negativen. Aber sagen wir mal so, es wird kontrovers über das Thema diskutiert. Worüber gar nicht mehr diskutiert wird, in dem Fall kurzer Nachruf, Google+. Ist das dieses Jahr erst abgesägt worden? Ja, April 2019 ist Google+, offiziell eingestellt worden. Irgendwie gefühlt war schon länger tot. Ja, also ich meine, es ist schon jahrelang eigentlich, da ist nicht mehr viel gekommen. Und was aber jetzt stärker im Kommen gewesen ist und was ich auch so als Trend für die nächsten Jahre durchaus sehe, so quasi als Social Media-Versuch durch die Hintertür von Google, einmal Google Maps und YouTube. Google Maps als Social Media? Ja, falls dir das vielleicht aufgefallen ist, falls nicht. Aber bei YouTube denke ich vielleicht eher noch. Da gibt es ja diese Community-Tabs. Also dass du ja bei YouTube inzwischen nicht mehr nur Videos findest, sondern zum Beispiel auch Textbeiträge, die dann angezeigt werden. Das ist für mich so ein schönes Beispiel für diese stärkere Social-Mediatisierung. Tauchen aber nicht im Abo-Feed auf. Im Abo-Feed weiterhin nur Videos. Wenn ich wissen will, was im Community-Tab abgeht, muss ich aktiv auf den Kanal des YouTubers klicken und dann nachschauen, was der Community-Tab drin hat. Also mir wird es auch auf normal der Startseite angezeigt, aber vielleicht nur für abonnte Sachen. Die Startseite gucke ich selten. Ich bin bei meinem Abo, in der Abo-Box, wo nur Videos drin sind. Und ab und zu kriege ich mal Notification, aber das sind auch keine. Also über die Glocke, die ja gedrückt werden soll, wie alle YouTuber immer sagen. Da kriege ich mal Notification-Videos und Kommentare, Antworten auf meine Kommentare. Aber auch nie Community-Tab-Beiträge. Gut, ich meine jetzt die klassische Startseite. Also einfach, wenn du YouTube.com eingibst, diese übliche Startseite, da werden auch inzwischen diese Textbeiträge, also diese Beiträge, wie klassisch bei sozialen Netzwerken, Ich halte mal die Augen offen. Und die sind halt eben recht frisch, genauso auch bei Google Maps. Da kann ich jetzt auch, wenn ich einen Google Maps-Eintrag habe, inzwischen auch Beiträge erstellen und ganz, ganz neu auch zum Beispiel Angebote, Aktionen, Sonderverkäufe, sonst wie was für ein Spaß. Also das, was du auch von Facebook und anderen sozialen Netzwerken kennst, kannst halt eben Sachen hochladen. Zum Beispiel auch Veranstaltungen kannst du sogar bei Google Maps hochladen. Also im Prinzip? Also wirklich dieser ganze Social-Media-Aspekt, der da eingeführt wurde. Ja, musst du nicht erst auf die Karte und dann gucken, was ist in der Gegend, dann die Sache bei Facebook oder im Internet suchen, sondern das, was du da finden würdest bei Facebook, hast du dann direkt bei Google Maps. Du zoomst rein in das Restaurant, sagen wir mal, und siehst dann sofort bei Google Maps, wenn du draufklickst, Bäm, hier sind Speisekarte-Angebote. Genau, aber jetzt unabhängig von Facebook, Facebook war nur mein Beispiel gewesen. Also das ist schon das komplett eigenes von Google Maps, aber Google möchte halt nicht, dass du den Namen liest und dann selber nichts anbieten diesbezüglich, sondern du musst jetzt den Namen gelesen, musst du dann woanders was darüber finden. Google Maps hat ja nur gesagt, dass es hier ist. Und jetzt hat Google Maps auch die Möglichkeit, dir zu sagen, was das genau ist. Genau, also zum Beispiel, welche Veranstaltungen dort demnächst stattfinden, stattfinden, irgendwelche Fotos kann man da hochladen, die üblichen normalen Textbeiträge und so weiter und so fort. Und das ist halt eben gerade bei Google Maps und bei YouTube jetzt im Laufe dieses Jahres wesentlich stärker gekommen, halt eben, so ist man direkt auf Folge des offiziellen Todes von Google Plus. Deswegen mich der Meinung, das ist so der Versuch von Google, über die beiden etablierten Plattformen, denn Google Maps und YouTube werden ja sehr stark genutzt, da kommen wir auch gleich noch dazu, halt eben so diesen Verlust von Google Plus, da wollte man ja ein soziales Netzwerk etablieren, was nicht wirklich funktioniert hatte und diesen Verlust quasi ausgleichen. Das ist eine interessante Entwicklung zumindest. Eine nachvollziehbare Entscheidung, finde ich. Nicht was Neues aufbauen. Ja, also unternehmensstrategisch kann ich es komplett nachvollziehen. Müssen wir mal schauen, welche Richtung das sich entwickelt. Was sich auf jeden Fall sehr gut entwickelt hat, Podcasts. Oh ja. Die sind wieder extrem steil gegangen. Ich meine, hey, wir sind seit 2016 am Markt, wir haben da auch mit beigetragen zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und ihr seid toll. Vielen Dank fürs weitere Zuhören. Alle Podcast-Hörer sind toll. Ja. Also es gibt ja zu jeder Serie drei Podcasts gefühlt. Alle Leute, die auf Flitter-Folge haben mindestens einen Podcast gefühlt. Und in diesem Jahr ist ja auch ganz, ganz steil gegangen, einmal solche Corporate-Podcasts. Also da hatten wir auch mal in einen der Hausmeistereien über, Gott, was war das, Firefox, Facebook, Twitter und so weiter. Die haben ja jetzt auch alle quasi offizielle Podcasts gemacht. Also das zum einen. Und dann jetzt in diesem Jahr noch wesentlich stärker, wenn ich da an Zeitungen, Magazinen und sowas denke. Also Spiegel, Süddeutsche, Zeit, Schieß mich tot. Die haben alle halt auch Podcasts inzwischen. Das Morgenbriefing und was es da so alles gibt. Vom Zeitmagazin. Alles gesagt. Habe ich ein paar mal reingehört, wenn mich der Gast interessiert hat. Vielen interessanten Ansatz. Kennst du den? Alles gesagt Podcast? Ich muss sagen, ich höre bei denen so wie gar nicht rein, weil ich halt eben schon meine übliche Podcast-Riege habe. Okay, ja. Die dienen meinen Fetisch halt besser. Deswegen habe ich da auch nur mal eben reingehört. Sehr professionell. Die siezen sich da, weil ich Podcasts gar nicht kenne. Und der Ansatz ist, die haben einen Gast, irgendwen, den Sophie Passmann hatten, sie da, sie hatten einen von der FDP, jetzt den Namen vergessen, den Koch, Tim Räther. Nee, nicht Räther, der andere Tim. Oder Till Räther heißt der. Irgendein Sternekocher. Egal. Nee, nee, nee. Das war egal. Und der Ansatz ist, die machen so lange, wie alle Beteiligten wollen, bis der Gast ein bestimmtes Wort sagt oder eine bestimmte Phrase äußert. Und sobald der Gast dieses Wort sagt, hört der Podcast sofort auf. Nach dem Wort ist sofort ein Cut. Und das geht oft ziemlich gut, dass die halt wirklich teilweise vier Stunden lang reden, die mit Essen bestellen oder Essen vorbereitet haben und dann Essen trinken quatschen, knabbern, über alles Mögliche, worüber die reden wollen. Und irgendwann sagt der Gast, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr, das ist alles schon gesagt, das ist eben alles gesagt, sagt seine Schlussphrase als schönes Abschlusswort und dann ist es zu Ende, Outro und so. Bis sie mal irgendeinen sehr interessanten Gast hatten, der aus Versehen nach zwölf Minuten sein Schlusswort gesagt hat. Und dann ging der Podcast, die teilweise drei, vier Stunden geht, keine Viertelstunde. Oh, das macht sich dann blöd. Und die haben auch keine neue Folge aufgenommen, diese Zwölf-Minuten-Folge ist alles, was sie mit diesem Gast da haben. Das finde ich mutig. Ist aber auch konsequent, also es ist konsequent durchgezogen mal. Also schönes Konzept und Podcasts sind weiterhin im Kommen. Ja, definitiv. Und das sind halt auch einfach so schöne Sachen, die dann auch mal ausprobiert werden. Also da finde ich, Podcast ist weiterhin noch so ein schönes, weites Feld, wo man einfach auch Experimente starten kann. Du hast halt was wie wir, die eigentlich eine Radiosendung sind, die das Podcast-Self-Verwertung findet und da auch viele Zuhörer hat. Wobei für mich ist es zuerst der Podcast, dann die Radiosendung, aber da ergänzen wir uns ja auch. Ja, ich finde es mehr als Radiosendung, weil ich die da mehr raussuche, mehr als Moderator als als Podcaster fühle und andere Podcasts einfach nur drei Leute zusammensitzen und quasi mit Gott in die Welt sprechen und es einfach jede Woche die gleichen drei Typen sind, was auch gern gehört ist, weil die drei Typen unterhaltsam sind. Und um jetzt hier aber auch abzuschließen, wir haben noch zwei Erwählungen der Ehre halber einmal Twitter, die haben wir auch in unserer Folge Nummer 37 behandelt und Tumblr in unserer Folge Nummer 40. Erinnere mich daran, mir das so ein gutes GIF zu zeigen. Okay, mache ich dann. Und da einfach nur, Twitter hat ja dieses Jahr so eine kleine Renaissance hingelegt im Sinne von, die sind jetzt wieder besser am Start, die basteln ja gerade immer noch bei den Threads und sonst wie was rum, das hat eben ein stärker Fokus auf Diskussion und Austausch gelegt wird bei Twitter, also da kann sich noch vieles Gutes entwickeln und ich habe in diesem Jahr auch nur gemerkt, ich werde auch immer stärker selbst zum Twitter-Nutzer, also halt einfach, was ich so schon gemacht hatte, einfach noch das Ganze stärker fokussieren, weil gerade da hast du halt eben auch schöne Möglichkeiten, speziell in Deutschland halt Presse, Politik, Promis, sonst wie, also einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch sehr schwellenarm. Ich bin auch jetzt durch, auch durch andere Nutzer hauptsächlich von passiven Mitleser, ab und zu mal Retweater, mehr als ist Übergang ab, auch mal was zu schreiben, was kommentiert, zu retweeten oder zu antworten. Einfach weil, ja, das ist so ein Outlet, so ein Rauslass, wie sagt man da gut? Ja, es gibt Möglichkeiten, nicht nur auszudrücken. Ein Ventil, einfach mal was auf der Seele brennt, jetzt mal eben kurz wieder zu schreiben, in 280 Zeichen. Und was vielleicht auch wieder sehr schön werden kann, denn zwar ist nicht ein 280 Zeichen, aber... In so vielen Zeichen, wie du willst. ...inhalten. Tumblr ist ja dieses Jahr von Automatic aufgekauft worden, also dem WordPress-Miterfinder. Wir haben berichtet, glaube ich. Genau, ja. Folge Nummer 40. War ja zentrales Thema, das war unser Aufhänger gewesen für Folge Nummer 40. Stimmt, das war eigentlich die Tumblr-Folge. Das war das aktuelle Thema, weswegen wir das halt, ja, das ist schon drei Folgen her. Aber... Das kommt mir ewig her vor. Tumblr hatten wir halt eben als Thema und da habe ich auch Hoffnung, dass sich aus der Plattform wieder was mausert. Also Automatic will auch gucken, dass, also das gibt es schon ein paar Mutmaßungen, dass man vielleicht in so eine E-Commerce-Richtung ein bisschen gehen könnte, weil es ja auch schon viele Tumblr-Nutzer machen, halt eben aktiv über Tumblr was verkaufen, aber so ein... Ja, so wie Etsy oder... Genau, so eine Richtung Etsy oder früher Davanda, die muss ja schließen, die gibt es ja nicht mehr. Ach schade. Aber Etsy, Craftsy, solche Bastelsachen, auch so wie Pinterest in so ähnliche Richtung, so do-yourself-Bastelzeugs, gibt es ja einige schon Nutzer bei Tumblr. Und das ist halt die Überlegung von Automatic, das halt eben aktiv zu nutzen. Ich mochte halt, dass da wirklich alles stattfindet, teilweise immer noch stattgefunden hat auf Tumblr, dass es eben nicht diesen Fokus auf eine Sache hat, dass da jeder sein Ding gemacht hat und es irgendwie funktioniert hat. Ja, es ist halt eben dieses Miteinander. Aber was Tumblr konkret ist und wie es funktioniert, Folge Nummer 40. Ja, genau, ab und zu macht sein Ding. Fanny Van Dannen hat ein Lied, das mir aus der Seele spricht und das hören wir nun. Fanny Van Dannen mit menschenverachtender Untergrundmusik, die ich ab und an ja auch gerne mal höre. Wie sieht es mit dir aus, Christian? Ja, so etwas Leichtes im Jahresausklang. Ja, wunderbar. So, das wird jetzt eine kleine Neuaufnahme, denn beim ersten Versuch haben wir uns leider etwas verquatscht. Dafür gibt es das dann als Podcast-Exklusiv zu nachhören. Genau, für Radio Korax die Kurzfassung und im Regularen-Podcast und als Extra-Quickie ausführlich über das Social-Media-Universum in unserem Thema der Sendung hier immer noch bei Radio Korax 2020. Wie sieht es aus? Was sind die Prognosen, wie hat es sich entwickelt im letzten Jahr? Genau, also als Vorschau für 2020, aktueller Stand, wir haben weiterhin unsere großen Imperien und Reiche im Social-Media-Universum. Also allen voran das Zuckerberg-Imperium, also genau gesagt das Unternehmen Facebook, 2004 gegründet. Dazu gehören das soziale Netzwerk Facebook, der Messenger WhatsApp und der Facebook-Messenger sowie der ja eigentlich immer noch Bilderdienst Instagram, aber Instagram macht ja inzwischen auch Videos, die machen auch Storys wie Snapchat und so weiter. Kurzprogramme. Auf jeden Fall als Facebook noch aktiv als das Social Media, als Synonym für Social Media teilweise. Genau, und da vielleicht einfach für Kurzübersicht. Wir haben in Deutschland etwa um die 70 Millionen Internetnutzer, etwa zwei Drittel davon sind Social Media Nutzer. Statistiken sind unterschiedlich, aber so als grobe Übersicht. Und bei Facebook sind etwa 40 Millionen Leute weiterhin. Das entwickelt sich nicht mehr großartig, also die Thronwelt des Imperiums ist weiterhin eher älter die Nutzer, weil die irgendwo anders hingehen. Und Facebook selbst, das, ich will nicht sagen, dümmelt so vor sich hin, aber da wird es einfach keinen großen Sprung mehr geben. Der Markt ist da gesättigt, die Leute, die da sind, sind da und neue kommen halt eben nicht mehr häufig dazu. Kommt zwar schon noch, auch einige, aber ich sag mal, dieser Goldrausch wie vor teilweise zehn Jahren, da war ja Facebook extrem erwachsen. Das ist einfach ausgeblieben. Das ist fertig. Ich meine, es ist alles besiedelt worden. Brauchst auch nicht mehr. Komm hier, weg damit. Was sich aber krass entwickelt, also zum einen haben wir WhatsApp und den Facebook Messenger. Die sind ganz gut am Start. Also WhatsApp ist sogar noch größer als Facebook. Die haben weit über 40 Millionen Nutzer. Das ist ja so quasi der Inbegriff für Messenger. Alle Details haben wir dann ja im Quickie schon mit besprochen. Und der Facebook Messenger mit um die 30 Millionen, eigentlich auch nicht gerade klein, aber die profitieren ja vor allem davon, dass Facebook so viele hat und die, die auf Facebook sind, nutzen in der Regel den Messenger. Genau, denn der Messenger ist ja einfach nur die glorifizierte Variante der alten Nachrichtenfunktionen bei Facebook. Ist ja nicht mehr. Was aber echt krass kommt und sich auch wirklich gut entwickelt, ist Instagram. So quasi die schillernde Prinzessin oder die glorreiche New Frontier Welt oder wer immer man es nennen möchte, egal. Aber das mögen die Leute halt extrem und Instagram ist weiterhin auch am Wachsen. In Deutschland aktuell stand etwa 17 Millionen Nutzer, weltweit über eine Milliarde. 2012 wurde es von Facebook für damals eine Milliarde US-Dollar, das war der höchste Kaufpreis überhaupt zum damaligen Zeitpunkt für so ein Technologie-Startup, wurde es aufgekauft, gehört seitdem zu Facebook und ist auch so ein bisschen die Experimentier-Plattform. Also da will Facebook sich halt eben drüber mehr profilieren, mehr zeigen und halt eben auch von der Popularität vor allem von WhatsApp und Instagram für sich selbst so ein bisschen profitieren. Der gute Ruf dieser anderen Plattformen soll im Bestfall auch auf die Thronenwelt Facebook etwas abfärben. Ja. Und da gibt es halt auch so einige Mutmaßungen, aber das ist Facebook. Ich denke, der direkteste Konkurrent für die Social-Media-Imperium dürfte das Google-Kollektiv sein mit der bekanntesten Plattform, also der Suchmaschine, aber am größten ist das YouTube. No, im Social-Media-Kosmos. Ja. Die Google-Suche, die zählt halt einfach nicht bei Social-Media mit rein. Die ist definitiv verdammt groß. Und das Unternehmen ist ja auch schon ein bisschen älter. Seit 1998 gibt es Google, beziehungsweise seit einigen Jahren ist ja der Mutterkonzern Alphabet genannt worden. Ja. Und genau, YouTube als größte Plattform. Ich meine, ich glaube, jeder kennt YouTube irgendwoher. Es ist halt der Inbegriff für Videos im Internet angucken geworden. Und dafür ist aber, muss ich sagen, die Anzahl der YouTuber in Deutschland jetzt speziell verhältnismäßig gering. Also es gibt sechs bis acht Millionen aktive Nutzer im Sinne von, die halt wirklich Videos hochladen. Im Vergleich dazu offizielle Zahlen mindestens 31 Millionen Zuschauer. Mutmaßung wahrscheinlich weit über 50 Millionen, die sich regelmäßig YouTube-Videos anschauen. Weltweit sind es 1,9 Milliarden. Also knapp zwei Milliarden Zuschauer. In Deutschland halt wahrscheinlich 40, 50 Millionen. Im Vergleich zu sechs bis acht Millionen, die halt Sachen hochladen. Also ein YouTuber, da kommen so vier, fünf Zuschauer etwa drauf. Also es ist ein bisschen Missverhältnis, muss man sagen. Na gut, also jeder will ja was hochladen. Und wenn ich jetzt was hochladen würde und nur vier Zuschauer hätte, fände ich jetzt ein bisschen wenig. Ja, okay. Aber ich finde es halt interessant, dass es so verhältnismäßig wenige gibt. Also das sind ja auch wirklich alle gemeinten, die mal irgendwas hochladen haben. Im Vergleich zu denen, die halt eben schauen. Also erst mal einer von fünf YouTube-Nutzern, der macht auch aktiv was im Sinne von Sachen hochladen und der Rest ist halt passiver Gucker. Aber das geht auch so ein bisschen mit dem Internet, dieser Lurker-Regel einher, dass gesagt wird, so 90 Prozent der Nutzer von etwas sind da passiv und sind 10 Prozent aktiv. Viele sind auch, glaube ich, gar keine richtigen Nutzer. Die haben kein Konto, suchen nur Videos. Das geht ja wirklich problemlos. Ja, das ist ja auch das Prinzip bei den ganzen Google-Diensten. Nutzen kannst du ja viele Sachen, ohne ein Konto zu brauchen. Und da wären wir auch gleich beim zweiten Beispiel. Google Maps hatten wir auch schon eingangs fast gesagt. Und warum erwähnen wir Google Maps? Da hatten wir eingangs schon ein bisschen was gesagt dazu. Immer mehr will Google Maps halt in so eine Social-Media-Richtung drücken. Also ich kann Beiträge inzwischen schreiben, wenn ich einen eigenen Google Maps-Eintrag habe. Ich kann Angebote, Veranstaltungen, schieß mich tot dort einstellen. Und deswegen hat eben ehrenhalber erwähnt, denn auf der anderen Seite, Google Plus ist ja tot inzwischen. Seit 1. April 2019 gibt es Google Plus nicht mehr, beziehungsweise nur noch so für zahlende Kunden auf irgendeiner Business-Ebene. Aber es war ja sowieso schon eine halbe Totgeburt immer gewesen. Das lief einfach nie so richtig an. Effektiv wird die Nutzerzahl von Google Plus immer so maximal eine Million etwa betragen haben. Im Vergleich dazu übrigens nur, bei Google Maps gibt es etwa 40 Millionen Nutzer, allein weltweit, die schon über 200 Millionen Orte bei Google Maps ergänzt haben. Also das ist eine Zahl. Und weltweit, ich habe leider keine Deutschlandzahlung gefunden, knapp 9 Milliarden Leute, die halt darauf zugreifen. Also natürlich immer mal wieder. 9 Milliarden Zugriffe. Aber genau. Monatlich? Also monatlich 9 Milliarden Zugriffe auf die Seite. 9 Milliarden Maps nutzer. Also man kann ja auch ein doppeltes Konto manchmal haben. Also das ist dann einfach statistische Ungenauigkeit an der Stelle. Aber im Grunde jeder Mensch auf diesem Planeten verwendet irgendwie mal Google Maps Zugriff. Ich nehme an, wenn du Internet hast, hast du irgendwann mal Google Maps, was nachgeguckt. Dazu übrigens noch Alternative zu YouTube, würde ich es auch nochmal hier noch kurz erwähnen. Nebula, ein paar YouTuber, mehr oder weniger Bekannte, Linze Ellis, Philosophie Tubes und zwei, die ich kenne, versuchen jetzt mit Nebula auf watchnebula.com eine Alternative zum klassischen YouTube zu bieten. Werbefrei, dafür mit einer gleichmöglichen Gebühr. Und zu Google Maps, so nutze ich es seit einiger Zeit, OpenStreetMap.com. Kann ich sehr empfehlen. Open Source, Karten-System wie Google Maps eben, aber halt ohne das Lidenfoot-Bilder. Und jeder kann da selbst die Karte verändern, das kollektiv in Wikipedia bestimmt, wie die Karte aussieht. Sehr präzise. Ab und zu muss man gerade auf offenen Plätzen ein bisschen nachbessern, weil halt Fußwege nur eine gerade Linie sein können. Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch eine App, nennt sich Osmand übrigens, für die, die es interessiert. Und da finde ich das zum Beispiel sehr, sehr schön. Ich kann mir die Sachen auch erstmal runterladen. Das geht bei Google Maps an vielen Stellen schon mal gar nicht. Da wird zwar auch angeboten, hier so lokale Karten runterzuladen in deine Umgebung. Quasi so lokale Karten in deine Umgebung wollen nicht treffen. Aber ja. Aber bei OpenStreetMap kannst du ja wirklich komplett alles offline nutzen. Und du hast ja auch Angaben zu zum Beispiel den Häuseradressen, was du bei Google Maps normalerweise gar nicht hast. Oh, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ich habe mich daran gewöhnt, dass bei OpenStreetMap die Hausnummern dran stehen. Google Maps nicht? Nee, gar nicht. Oh, okay. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich habe auch mal geschaut, teilweise sind die Karten auch genauer als bei Google Maps. Kommt immer drauf an wo. Aber gute Erwähnung. Lohnt auf jeden Fall mal einen Blick. Ist mir vorher nicht eingefallen. Aber damit können wir weitergehen zu Microsoft dominieren. Das ist nämlich auch eine Sache dabei, die ich immer vergesse. Also Skype nicht. Skype, da denke ich dran. Das ist das Nutella unter dem Video-Chat-Programm, weil es synonym ist Skypen, ist Video-Chatten, so wie Googlen, was suchen ist. Was ich immer vergesse, ist LinkedIn. Warum vergesse ich immer LinkedIn? Weil es wahrscheinlich einfach international ausgerichtet ist im Vergleich zu der üblichen Konkurrenz von LinkedIn. Also LinkedIn und Xing, das sind so zwei soziale Netzwerke, die vor allem auf die Berufswelt ausgerichtet sind. Und Xing eher so auf den deutschsprachigen Raum, LinkedIn dafür international. Und vielleicht deswegen, weil es einfach zum einen halt eben wirklich klassischer Business-Bereich plus internationaler Fokus ist. Vielleicht einfach nicht dein Dunstkreis an der Stelle. Vermutlich, ja. Skype hingegen, da bin ich ab und zu mal drauf. Irgendeine Gruppe spricht sich bei Skype ab. Und da vielleicht einfach kurz für die Übersicht. 17 Millionen Skype-Nutzer in Deutschland. Und Skype ist mal klassischer Messenger-Dienst. Das heißt, wird ja aber auch vor allem im beruflichen Kontext inzwischen genutzt. Oder so das übliche Klischee zu Skype. Vielleicht kommt ja nichts in der extra Folge zu. Aber auch die WWE, die Wrestling-Sendung, hat ab und zu mal Korrespondenten, die bei Skype ins Studio eingeschaltet werden. Also in die große Arena, wo dann Skype auf dem großen Bildschirm ist und 10.000 Leute zu gucken live. Das ist leicht befremdlich. Aber da ist ja Skype auch eigentlich so, das ist so wieder so, mach mal ein Video-Chat auf, dann machen wir es halt über Skype. Das ist irgendwie so dieses Automatismus. Muss ich mal dahingehend, hat Skype sehr, sehr gut. Übrigens aber auch ursprünglich europäische Idee. Unter anderem so aus Estland und verschiedenen nordischen Ländern kommt. Und wurde dann eben 2011 von Microsoft aufgekauft. Genau wie LinkedIn. Das wurde 2015 aufgekauft. Nur mal zur Erinnerung. Instagram 2012 für eine Milliarde US-Dollar. LinkedIn 2015 für 25 Milliarden US-Dollar. 25 Milliarden? Ja. Für eine Webseite, die ich permanent vergesse. Also von 1 auf 25 Milliarden der Preis gestiegen für sowas. Die haben es ja, ne? Ja, und vielleicht haben solche Unternehmen dann irgendwann auch mehr. Denn es gibt ja auch noch viele, viele, ja, wilde Sterne da draußen. Die sich noch nicht gekauft haben lassen. Und lassen haben, kaufen. Xing, wie eben erwähnt, ist immer noch frei, deutsche Seite. Genau. Etwa 16 Millionen Nutzer seit 2003 am Markt. Und da sind wir auch dann im Quickie, gehen wir da nochmal ein bisschen näher drauf ein, auf die klassische Konkurrenz Xing LinkedIn. Dann gibt es ja weiterhin Twitter. Klein, aber fein. Knapp zwei Millionen Nutzern in Deutschland zwar bloß. aber dafür halt eben einfach auch verbreitet in der richtigen Nische. Also Twitter-Nutzer, da gab es auch eine Studie, die sind halt an sich schon stärker markenaffin, also haben ein deutlicheres Statement zu bestimmten Dingen und sind an sich schon einflussreich. Wir haben aber auch vor der Pause schon ein bisschen über Twitter gesprochen. Ja, also insofern müssen wir da jetzt nicht tief drauf eingehen. Wo wir nicht gesprochen haben, ist Pinterest, auch weil ich dazu überhaupt keinen Bezug habe. Also ich habe ein Pinterest-Konto mit, ich glaube, 400 Abonnenten oder was. Also, ja, ist okay. Und das ist Anfang der 2010er an den Start gegangen und ich habe damals noch einen Beta-Key gebraucht, um reinkommen zu dürfen. Okay. Inzwischen ist es sehr verbreitet. Aber Pinterest ist so die Gartenwelt der Social-Media-Planeten. Also geht es halt eben vor allem um Hobby, Freizeit, Bastelthemen. Wunderbar. Im Gegensatz zu Snapchat, da bastelt, glaube ich, keiner was? Nee, das ist wirklich auch wieder so eine kleine Partywelt. Da haben sie ja die Stories erfunden, die es ja inzwischen auch bei Snapchat gibt. Bei WhatsApp wird das der ganze Status genannt. Und bei den Facebook Messenger und Facebook ist es dann wieder die Story. Also diese kurzen, meist so um die 10 Sekunden dauernden Video- und Bild-Schnipsel, die sich dann nach 24 Stunden selbst löschen sollen. Kurze Videoschnipsel gibt es auch bei TikTok, unserem letzten Eintrag. Und die sind ja, wie gesagt, erwähnt, extrem explodiert. Wir haben extra Folgen über die gemacht. Ja, und da stehe ich auch Anfang 2020 dann ein Interview mit TikTok aus. Hoffentlich. Was uns aber auch direkt zu unserem dritten Thema bringt. Hol die Kristallkugel raus. Ja. Aktueller Stand, das war es jetzt gewesen. Und jetzt begeben wir uns in das Reich der Mutmaßungen. Also ich sehe so ein paar Trends, da würde ich jetzt mal konkret drei nennen wollen. Zum einen Sprachassistenten und generell Audio rücken mehr ins Zentrum. Amazon, also zumindest in Halle sehe ich überall jetzt die Echo-Werbung, Amazon Echo. Ja gut, das ist auch Weihnachtszeit. Für die, die eigentlich nichts geschenkt haben wollen, für die, die schon alles haben. Nee, ich will so ein Ding nicht. Hört permanent mit. Wir haben auch eine Folge drüber gemacht. Und was? 27, Folge 27. Ja. Und was veranlasst uns jetzt das anzunehmen? Zum einen Podcasts sind populärer geworden. Also die sind ja inzwischen auch in der Google-Suche direkt drin. Also ihr könnt gerne mal Folgendes machen, wenn ihr uns über das Smartphone hört. Und geht mal raus aus eurer App, macht die Google-Suche auf und gebt einfach Online-Geister ein. Da werdet ihr uns auch direkt als Podcast finden können. Also sprich direkt in der Google-Suche hörbar. Und wer uns über Lautsprecher hört, okay, Google, such Online-Geister. Ja, oder Alexa oder Siri oder wer auch immer. Ja, Sprachassistent, eure Wahl. Alexa, spiel Last Christmas von Wham. Und das ist halt einfach der Punkt, da sind wir ähnlich, ich sehe das ähnlich in der Entwicklung wie die Smartphone-Apps, so im zeitlichen Verlauf. Die gab es ja auch so Ende der 2000er, sind die aufgekommen. Auch erstmal so die ersten Jahre wusste keiner so richtig, was ist eine App, wozu braucht man den ganzen Krams überhaupt. Inzwischen sieht die Situation ja anders aus. Und da sehe ich jetzt auch so die Entwicklung halt eben mit den Audio-Anwendungen, dass die halt definitiv stärker genutzt werden, dass Leute auch mehr der Meinung sind, dass man sie nutzen kann. Dann habe ich ja schon ein bisschen gesagt zum Thema Audio. Podcasts, denke ich mal, werden auf jeden Fall weitere zunehmen. Allein bei Google-Podcasts ist in diesem Jahr ein Start gegangen. Spotify hat schon seit längerer Zeit sich auf Podcasts immer stärker konzentriert. und halt ex-iTunes, also Apple-Podcasts, ist ja auch am Start. Da, denke ich, wird es wahrscheinlich einen größeren Krieg untereinander geben. Aber das könnte noch spannend werden. Es sind ja alles erstmal nur Verzeichnisse größtenteils. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Was ich aber genauso auch sehe, das wäre meine dritte Mutmaßung, eine stärkere Nischenbildung bei Netzwerken. Jodel. Genau. Ich sehe da nur Jodel in der Übersicht. Sagt dir das was? Ja, ich kenne Jodel, nutze es nicht, weil es es nur für Smartphones gibt. Aber wo du ja quasi anonym irgendeinen Text schreibst, der an alle in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Gegend gesendet wird. Und vor allem bei Studenten beliebt ist. Ja. Also die Studenten-Nische. Dann gibt es ein anderes soziales Netzwerk. Auf deutsch. Nämlich nennt sich Lebensfreunde. Da habe ich ja nicht von gehört. Machen sehr aktiv Werbung. Ich habe das häufiger mal in der U-Bahn und so gesehen. Also quasi ein soziales Netzwerk für 50-Plus-Generationen. Okay. Ja. Das zum Beispiel. Und in so eine ähnliche Richtung gehen wir ja auch bei uns mit dem DR-Seminar-Startup. Das heißt, wir suchen uns eine konkrete Zielgruppe, eine konkrete Nische aus. Also wir wollen ja bei uns diese Mediathek für den Mittelstand aufbauen. Würde dann sagen halt eben Mittelstand und auch erstmal regional in Mitteldeutschland. Wird das schon mal erwähnt? Also erwähnt schon, aber das wäre es für mich einfach nur mal ein symptomatisches Beispiel. Das wir halt eben, wie wir selbst das machen, aber auch eben andere Plattformen halt stärker so in diese Nische vordringen wollen. Und da vielleicht auch einfach abschließend als Link-Tipp bei socialmediastatistik.de gibt es dann die Infografik zum Social Media Universum zusammen mit unseren Voraussagen. Wunderbar. Voraussagen gibt es nicht mehr, aber ich gucke nochmal zurück. Denn zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern ist das Zusammenfassungsalbum von Miracle of Sound, Gavin Dunn, erschienen. Das sind Lieder, die wir ja sogar im Podcast drin lassen dürfen. Und wunderbar, die fand ich dieses Jahr, das von Devin McRae, fünf inspirierte Lied, Show Your Style. Das sind Lieder, die wir ja sogar im Podcast drin haben. Das sind Lieder, die wir ja sogar im Podcast drin haben. Das sind Lieder, die wir ja sogar im Podcast drin haben. Das sind Lieder, die wir ja sogar im Podcast drin haben. 3x good confidence Tear down the towers and fire up the flames We strive for providence Don't stop building it up, we are the energy Don't stop showing your style Don't stop building it up, it's in our truth in it Don't stop keeping it wild A firework in a glowing sky Through the hell and the hammer stride A cool smirk and a smokin' style Ram my engines up and ride Demon heart inside of me Got the stars to make the grave God my name is ivory Devil tears upon the blade 3x the power and 3x the pain 3x the confidence Tear down the towers and fire up the flames We strive for providence Don't stop building it up, we are the energy Don't stop showing your style Don't stop building it up, it's electricity Don't stop keeping it wild 3x the power and 3x the pain Don't stop showing your style Tear down the towers and fire up the flames Don't stop keeping it wild Oh 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 was Anfang des Jahres erschienen ist. Ihr findet Gavin Dundrykle auf Sound auf YouTube. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und das heißt Online-Geister Feedback Und wir haben eine sehr interessante Sache erfahren, wo wir aufgetaucht sind. Genau, die liebe Miss Greenaway hat sich bei uns gemeldet mit dem Hinweis, Zitat von unseren Anglistik-Ständen, bitte. Your material has been used in an exam for year 12 students and that have been that have been undertaking the German as a Second Language course. Also Kurzfassung, unser Material, also unser Podcast wurde als Prüfungsgrundlage mitgenommen, also für ein Beispiel in einer Deutschprüfung, genau gesagt, wo in Australien. Also genau gesagt, unser Podcast-Folge Nummer 20 war das gewesen, da schießt sich der Kreis, das waren unsere Social Media Trends. 2018. Jetzt machen wir 2020, Mann, sind wir alt geworden. Und wer ist die gute Dame? Also Miss Greenaway vertritt die School Curriculum and Standards Authority beim Department of Education im State of Western Australia. Also der, also Western Australia, West-Australien, der Bundesstaat dort. Also sprich, wir sind nicht nur big in Japan, dank Yuki, sondern big in Australia. Grüße an Miss Greenaway und Grüße an die Schüler, die uns gerade zuhören, vielleicht bei der nächsten Prüfung. Greetings going to Down Under. Thank you for listening. Und das wäre es auch, finde ich, ist ein schöner, ist eine schöne Sache. Kann man auch pinselt. Es ging um Social Media in Deutschland 2020, wie eben schon erwähnt, diese Folge. Genau, Shownotes, Infografien, mehr gibt es bei uns auch monatlich im Zwei-Minuten-Briefing, das dann kurz gesammelt. Einfach onlinegeister.com schrägstrich newsletter. Genau, schickt uns Feedback, onlinegeister.com, auch auf Social Media. Dich findet man bei at christianalner auf Twitter. Genau, und Dich bei at realdraison, Draison mit D-R-A-Z-O-N geschrieben. Genau, ich bin der echte Draison und jetzt vielleicht sogar ein bisschen aktiver im nächsten Jahr als bisher. Das war es für heute. Vielen Dank, Christian. Tristan, hat mich auch gefreut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht es um KI. Genau. Das war Onlinegeister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet, und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Musik 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 Musik